Da ist ein Lager. Genau, da wollte ich hin. Ich meinte eigentlich das auf der anderen Seite, aber da ist auch ein Lager. Ja, da ist auch eins. Ich habe gerade Nabu gekillt. Was? Warum? Weil er mich angegriffen hat? Der arme Mann. Und mich fast gekillt hat? Der arme Nabu. Dann soll er sein Pakt mal besser unter Kontrolle haben hier. Dann sterben auch nicht so viele. Ach was? Die wollten uns umarmen eigentlich und wir haben sie sofort angegriffen. Ja, gekonnt würde ich sagen. Also eigentlich sind wir die Bösen. Mh, Quatsch. Quatsch. Wir sind voll lieb. Sie wollten uns nur umarmen. Die sind auf uns zugestürmt. Ja, wir haben sie doch nur umarmt. Mit offenen Armen. So, dann gehen wir halt zum anderen Lager. Aber wenn die dich, wenn die auf dich zulaufen und dich umarmen wollen, dann bring sie nicht sofort um, bitte. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach hinter dir und dann passt das, okay? Ich bitte darum. Gut, dann musst du jetzt aber auch vorlaufen. Ja, warte kurz. Die Musik war gerade weg. Oh nein. Oh nein. Die schöne Musik. Ja, die schöne Conan Exiles Musik. Ja. Let's go. Go. Ja, ja. Lass dir Zeit. Let's go. Oh. Weißt du, ich biete meinen Zuschauern halt ein extra, nämlich durchgehende Musik. Bei mir gibt's keine Musik. Der Wasserloch-Aussichtspunkt. Und wenn jetzt der Herr Wasserloch auf dich zuläuft, dann lässt du die in Ruhe. Welche denn viel? Ja, die kannst du alle töten. Können nix. Das war ein Pflaumen. Keine Zwetschgen? Echt nur Pflaumen? Ja. So ist es leider. Leider. Kann man nix machen. Ich hätte jetzt voll Bock aufs Zwetschgenkuchen. Siehst du das hier da hinten? Das Lager da oben mit diesem Zelt. Ja. Ja. Das sieht, da waren wir sicherlich noch nicht, glaube ich. Problem ist nur, da könnte Rikas Lager sein, weil das ist nahe an der Galeone, glaube ich. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Da waren wir noch nicht gewesen, das ist wahr. Wo ist er hin? Gehen doch mal besuchen und Kaffee trinken. Ja, nur seine Sklaven... Dürfen wir uns dann wahrscheinlich angreifen. So, wie bist du denn jetzt? Gute Frage. Auf dem Weg Richtung Fluss runter. Ja, da laufe ich auch gerade hin. So, ich bin am Wasser. Ich auch. Ach, da hinten. Hi. Der Typ war in die Dichtung, oder? Ja, die waren hier oben, ja. Genau. Hattest du hier nicht deine Base in der ersten Season? Stimmt. Das war hier. Stimmt, da sind die Nachbarn. Da oben. Also, sie sind aber auf der anderen Seite, glaube ich. Ob hier welche sind, weiß ich doch. Da sind auch Nachbarn oben. Da oben. Ja, aber auf der anderen Seite auch. Da ist auch so ein kleines Lager gewesen. Ja, ja. Ja, ja, das gute, das, die gute alte Staffel 1. Schön war's. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und zwar, ah ne, wir gehen, wir schauen schon mal hoch, oder? Ja, wir sagen mal Hallo und töten alles. Ja, wir sagen mal Hallo. Hallo. Und dann holen wir uns noch ein paar Punkte, ein paar Vistas, ein paar schöne. Und dann gehen wir zum Vierer-Ort. Ja. Die ist tot. Ich kann dir sagen, die sind beide tot. Ja. Oh, da sind noch mehr. Ich würde gerne auch so ein Zelt bauen können. Ja, das wär was. Es gibt ja die Sonnensegel, aber so Zelte kannst du nicht setzen, glaube ich. Hi, Meroth. Cool, dass du da bist. Wie war das mit Liebsein? Pfff. Pfff. Liebsein. Na, Liebsein ist es was für, für, für liebe Leute. Da rollt ein Kopf den Berg runter. Oh, bei mir leider nicht schade. Bei mir schon. Es sah herrlich aus. Es sah herrlich aus. Ich glaube, ich hab Riker Space gefunden. Das ist schön. Mhm, find ich auch. Hi. Ach du, hier, komm, bleib, bleib sitzen. Au. Au. Pff. Ich hab einen Pfeil in den Knie bekommen. Dann kannst du ja, dann bist du ja eigentlich jetzt, ist jetzt eigentlich Schluss, ne? Ist jetzt eigentlich, äh, bin ich jetzt tot. Eigentlich ist jetzt Game Over. Die fliegen so schön, die Zelte. Yep. Herrlich. Ich hab einen Pfeil zu. Ich geh jetzt da mal hoch. Ja, ich hab auch das Bedürfnis, da hochzugehen. Ohne die raiden zu wollen, aber... Einmal gucken, einmal Hallo sagen. Ja, er hat da einen Drachen drin. Mhm. Mhm. Da hat er nochmal einen Drachen drin. Da hat er den Skelettdrachen drin. Gott sei Dank tun die nix. Das scheinen seine Stallungen zu sein, ha? Mehr oder weniger, ja. Ne, die Drachengruben wahrscheinlich. Ach so. Ist ja jetzt so gesehen kein Raid. Wir gehen hier einfach nur rein, ne? Da hinten ist ne Joggrube. Ja, schick. Ich hab's ja schon mal gesehen von oben. Ich nicht. Die ist schon hübsch, die Base. Kann man schon mal neidisch werden. Quatsch. Unsere ist viel cooler. Der Ton da hinten sieht interessant, dass die nie gebaut haben. Mhm. Die ist allgemein hübsch, die Base. Ja, ich glaub, ich geh jetzt mal heimwärts. Heimwärts? Ich geh jetzt mal wieder heimwärts. Ja. Weil äh, vier der Sklaven und so. Hab ich jetzt irgendwie Bock bekommen? Das ist eine gute Idee. Mhm. Ich hab immer gute Ideen. Joa, meistens. Meistens. Immer. Meistens. Immer. Wenn du das sagst. Bei der Gelegenheit kann man gerade mal gucken, ob hier noch irgendwie... Ich hab hier noch zwei Sklaven in unserem Rad gefunden. Oh, super. Nur mit. Ich nehm die... Ich gönne mir die einfach mal, ne? Ich hab hier noch mal gesehen. Bye. Das war gut knapp jetzt. Das war jetzt echt gut knapp. Trust me. Uh, erstmal. Jetzt mal bei Bomby. Auf dem Twitch-Channel. beim letzten Connor-Stream vorbeischauen. Ach so. Da fliegt er. Ja. Ich glaub, die... die Streams, die löscht er von seinem Kanal. Damit die Folgen auf YouTube geguckt werden. Ne? Die Musik hat schon was. Hi. Bye. Die PS unter uns hat da was gesagt, aber psst. What? What? Was hat der denn gesagt? Das verwirrt mich jetzt nur minimal. Ich laufe jetzt garantiert in die falsche Richtung. Au. Ich glaube, es hat. Ich glaub, es hackt. Au. Mistvieh. Mistvieh. Einländiges Mistvieh. Ist ja noch mal so eins. Oh, mein Schwertchen ist fast hin. Bleibt mir vom Alz. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins. Ich glaube, es ist ja noch mal so eins.